... dann die Baugenehmigung und dann natürlich die Eröffnung eines neuen Projektes. Ja, was dürfen Sie von mir jetzt hier heute erwarten? Ich denke, dass Sie was zur Architektur sagen. Aber in diesem Projekt geht es nicht nur um die Architektur, sondern es geht natürlich auch schon, wie Herr Malik hier sagte, um Nachhaltigkeit. Was ist denn eigentlich anders an diesem Markt, an dem, was Sie normalerweise von Supermärkten in Deutschland kennen? Diese Frage haben wir uns, nachdem wir den Auftrag hatten, auch gestellt. Und wir haben uns überlegt, dass mit einer neuen Botschaft, mit einer Botschaft der Nachhaltigkeit, auch ein neues architektonisches Konzept verbunden sein sollte. Also der Kunde, Sie und auch die Passanten und die Nachbarn sollen spüren und nicht erklärt bekommen, sondern spüren, hier ist etwas anderes, hier ist ein nachhaltiges Konzept. Und Nachhaltigkeit ist nicht etwas, was die Neuzeit erfunden hat, das ist etwas, das es schon seit vielen Jahrhunderten gibt. Und deswegen haben wir auch ein bisschen in die Geschichte geguckt und haben gefunden, dass es früher so tolle Markthallen gab. In vielen Städten Europas und auch in der Welt insgesamt gab es früher Markthallen. Das waren große, flexible Gebäude, die ins Stadtbild passten, die dort auch sofort als Markthalle erkannt wurden. Da brauchte man kein Schild dran, schreibe Markthalle. Jeder hat das erkannt und dort haben sich die Händler getroffen, haben dort ihre Waren angeboten. Das war eigentlich die eine der entscheidenden Ideen, darauf Bezug zu nehmen mit einem modernen Konzept. Aber wie kann man nun das Thema Nachhaltigkeit transportieren? Da kann man viel drüber reden, man kann viel lesen, man kann viele Berechnungen vorlegen. Wir haben gesagt, ja was ist der eigentlich so typische in Deutschland für Nachhaltigkeit? Das ist eigentlich die Wald- und Forstwirtschaft. Die gibt es seit 300 Jahren und sie basiert auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Das heißt, man soll die Kuh, von der man die Milch haben möchte, möglichst nicht schlachten. Das heißt, man soll also ein System nur so weit nutzen, dass das System dadurch keinen Schaden nimmt. Und das ist in deutschen Wäldern und auch in vielen anderen Ländern seit vielen, vielen Jahren und Jahrhunderten, kann man fast sagen, der Fall. In Deutschland hat sich der Baum und Holz quasi als Symbol der Nachhaltigkeit entwickelt. Als Symbolsträger für diese Botschaft des nachhaltigen Umgangs mit der Natur, aber auch mit den Wirtschaften. Und deswegen haben wir uns hier zusammen mit Rewe für Holz entschieden, als die, ich sag das mal symbolisch, tragende Struktur der Nachhaltigkeit und der Rewe. Und das sollte sichtbar sein. Und das ist hier jetzt nicht mit Stuck oder sagen wir mal mit Ornamenten gemacht, sondern ganz klassisch schlicht mit der Tragstruktur selber. Die Tragstruktur selber ist also ein wesentliches Element der architektonischen Sprache. Und dann kommt das zweite Element hinzu, das ist das Tageslicht. Auch das ist höchst ungewöhnlich in den meisten Supermärkten und ist mit dem Rewe Green Building, was wir als Pilotprojekt vor drei Jahren nicht mehr entwickelt, sondern auch vor drei Jahren dann entstanden ist, erstmals dann auch bei Rewe in, denke ich, ganz überzeugender Art und Weise gelohnt. Hinzu kommt natürlich auch eine ganze Menge an innovativer Technik. Es geht um Energieeffizienz. Ein solches Gebäude verbraucht deutlich weniger Energie als die Vorgängergeneration, Größenordnung um die 50%. Das ist eine Hausnummer bei den heutigen Energiekosten. Das kann bei einer Marktgröße wie diesen gut und gerne auch im Jahr mal 100.000 Euro ausmachen. Was gibt es noch besonders an diesem Gebäude? Das ist eine Drittverwendungsfähigkeit. Also dieses Gebäude kann auch nach vielen Jahren der Nutzung als Rewe-Markt durchaus mit anderen Nutzungen gespielt werden. Die Bauweise ist relativ flexibel, an verschiedene Standorte anpassbar und passt, wie wir mit Rewe zusammen meinen, in Stadt und Dorf. Auch das ist ein wichtiges Argument für eine neue Generation, die einen Wiedererkennungswert für die Marke Rewe haben soll. Man kann also sagen, das Gesamtkonzept ist anspruchsvoller, nicht nur architektonisch anspruchsvoller, es ist auch ökologisch deutlich anspruchsvoller und auch ökonomisch anspruchsvoller. Weil die Lebenshaltungskosten oder die sogenannten Lifecycle-Kosten für eine solche Immobilie sind deutlich attraktiver als das, was man bisher realisiert hat. Ich möchte an dieser Stelle nicht nur den Auftraggebern ganz herzlich danken für eine weitere Chance, ein solches Projekt hier in Hamburg realisieren zu dürfen, sondern auch dem tollen Team, das hier von der Planungsseite mit dem Bauherrn wirklich toll zusammengearbeitet hat von Anbeginn an, aber natürlich auch den Handwerkern, die hier Blut und Wasser geschwitzt haben bis zur letzten Stunde. Das ist bei kurzen Bauzeiten von nur einem halben Jahr eine stramme Leistung und dem müssen wir alle Respekt zollen, denn das passiert unter Wind- und Wetterbedingungen und nicht in geschützten Büros. Über die Zertifizierung ist vorhin auch schon etwas gesagt worden, ich will das nur noch mal kurz erwähnen. Man kann natürlich als Planungsteam immer viel sagen und behaupten, wie toll das alles ist mit der Nachhaltigkeit, der Energieeffizienz. Es ist wichtig, dass eine unabhängige, anerkannte Organisation und Institution das auch überprüft und bescheinigt. Deswegen ist es ganz toll, dass es der Wewe gelungen ist, eine sogenannte Masterplan-Zertifizierung zu erwirken, die den großen Vorteil hat, dass Standards festgelegt werden und dass für die Investoren und für zukünftige Märkte auch die Kosten dieser Zertifizierung erheblich reduziert sind. Alle Märkte dieser Art werden in Zukunft zertifiziert. Das ist in der Osterbaubeschreibung, die als Basis für weitere Projekte dient, so festgeschrieben. Aber durch die Master-Zertifizierung sind eben die Kosten dafür deutlich reduziert. Und wie vorhin schon gesagt wurde, ist es auch nicht so, dass man hier alles mit Blattgold belegt hätte. Die Kosten für dieses Gebäude sind in der Tat nur unbedeutend höher als für das, was man früher gemacht hat. Und wenn man bedenkt, was man an Mehrwert dafür bekommt, nicht nur zum Zeitpunkt der Fertigstellung, sondern insbesondere für die gesamte Lebensdauer, dann denke ich, ist das sehr bemerkenswert. Damit leistet nicht nur Rewe, sondern auch das Team, alle, die daran mitgewirkt haben und alle diejenigen, die hier in Zukunft arbeiten werden, zusammen mit den Kommunen eigentlich einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Nachhaltigkeit. Und wir denken, dass es in Zukunft eigentlich gar keine Alternative mehr zum nachhaltigen Bauen gibt. Wir müssen die CO2-Bilanz deutlich verbessern. Und da gibt es nur einen Weg. Die Gebäude, die wir planen und nutzen und umplanen und umbauen, müssen nachhaltig sein. Ja, ich möchte Sie eigentlich alle auch begeistern für das nachhaltige Bauen. Wir freuen uns sehr, wenn es weitere Töchter und Söhne dieser neuen Generation gibt und nachhaltiges Bauen bei Rewe, nicht nur hier in der Region, sondern in ganz Deutschland, weiter auf dem Vormarsch ist. Ich darf Sie ganz herzlich bedanken nochmal, wünsche Ihnen auch hier schöne Eindrücke. Wir stehen auch an verschiedenen Infoständen für Sie heute noch zur Information bereit und würden uns freuen, wenn viele die Chance wahrnehmen, sich bei uns zu informieren. Herzlichen Dank. Auch wir bedanken uns, Herr Koch, für die Ausführungen. Und die Runde der Redner beschließt, oder die Runde hier oben, beschließt nun einen Redner, der aus Stadtsicht, aus Sicht der Stadt Hamburg, insbesondere des Stadtteils Haarburg, sprechen wird. Und ich bitte herzlich, Bezirksamtleiter Thomas Volker zu bringen und freue mich, dass Sie sozusagen den grünen Abschluss hier oben bringen. Vielen Dank.